Die Sommerschule ist ein mehrtägiges Bildungsangebot. Da werden sich Menschen mit den Fragen, wie wollen wir leben und wie kommen wir dahin auseinandersetzen, also Visionen und Transformationen. Dabei ist Degrows ein Leitgedanke. Das heißt, wir gehen davon aus, dass in einer Welt mit unbegrenztem Wachstum, das zwangsläufig darauf hinausläuft, dass Mensch und Natur ausgebeutet werden und dem wollen wir entgegenwirken. Die Sommerschule wird in diesem Jahr zum ersten Mal auf dem Klimacamp Leipziger Land stattfinden, konkret in der Ortschaft Pödelwitz. Pödelwitz ist ein Dorf, was von der Abbaggerung wegen des Braunkohleabbaus bedroht ist. Die Sommerschule wird organisiert von einem basisdemokratischen Organisationskreis. Der ist offen für alle. Und das funktioniert so, dass sich dieser Kreis alle vier bis sechs Wochen trifft, ein ganzes Wochenende lang auf sogenannten Plenars. Und dazwischen passiert die Hauptarbeit aber in Arbeitsgruppen und Arbeitsgruppen gibt es zu verschiedenen Themen. Zunächst einmal gehen wir davon aus, dass die verschiedenen Arbeitsgruppen in ihren Tätigkeitsbereichen eigentlich recht viele Entscheidungen auch autonom fällen. Es gibt aber natürlich auch Entscheidungen, die für den Gesamtprozess relevant sind und die treffen wir dann auf den Orgakreispläner mit allen Menschen gemeinsam. Unsere Entscheidungen treffen wir im Konsens. Das bedeutet, dass wir versuchen, alle Beteiligten in die Entscheidung mit einzubeziehen. Es gibt ein sehr strukturiertes Verfahren. Wenn es um eine Entscheidung geht, dann ist es meistens so, dass am Anfang vorgestellt wird, worum es geht. Dann gibt es eine offene Diskussion dazu und am Ende gibt es hoffentlich einen Konsensvorschlag, der dann abgefragt wird. Basisdemokratie und Entscheidungen im Konsens führen zur Selbstermächtigung und dies setzen wir dem Gefühl der Machtlosigkeit in der repräsentativen Demokratie entgegen, in der wir nur alle paar Jahre ein Kreuzchen für die Entscheidungsträgerin setzen können. Also gutes Zusammenleben funktioniert für mich eigentlich nur in der sozialen, demokratischen und ökologischen Gesellschaft. Und ich glaube, um da hinzukommen, braucht es auf jeden Fall basisdemokratische Prozesse und nur eine Demokratie, die dem Namen auch gerecht wird. Herausforderung beim gemeinsamen Entscheiden ist auf jeden Fall, dass man ein großes Durchhaltevermögen braucht. Und zwar nicht nur im Sinne von Zeit und Energie, sondern auch das Bewusstsein dafür, dass der Entscheidungsprozess an sich schon ein politischer Akt ist und dass der auch manchmal nur mit Umwegen funktioniert. Aber genau das macht diesen politischen Akt aus. Die soziale, ökologische und demokratische Lage befindet sich in einer Krise. Wir müssen irgendwo ansetzen und da denke ich, wann, wenn nicht jetzt und wo, wenn nicht bei uns. Wir müssen uns auf jeden Fall sehen. Wir müssen uns auf jeden Fall sehen. Wir müssen uns auf jeden Fall sehen.